banane guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge minikraft minigames und zwar spielen wir heute wirklich minigames viele wie es vielleicht meiner meinung nach auch auf dem stoxin.de server so ist und schließlich hier bei nach einer party und eben meiner meinung nach auch hier ziemlich gut bei miniplex ist ja ja du bist dann noch als ziel dieses spieles ist für alles interessiert herauszufinden ja hier schließlich wer hier schließlich die richtigen villager sind und ja dass das sinn warum spielt jetzt gerade auf mein blick und nicht doch kommen oder so ihr denkt euch jetzt sicher die normale ausrede oder wenn ich so auf mein blick spiel ich sage ich meistens ja oft komme ist das server grad überfüllt aber ich kann ja ganz einfach hier mal auf komme gehen ja gut sie sind nicht so überfüllt der server würde ich mal sagen da ist gerade 2 uhr 30 in der früh oh hier ist sogar eine quickerski runde frei die ist natürlich mal ganz brickelnd die ist sogar voll scheinbar ok 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 ich will jetzt schließlich länger überleben was wollte der vielleicht auch aber er kann es halt schließlich einfach nicht er hat ist der gerade irgendwie dumm oder so ok ja stopp mich natürlich ab stopp mich natürlich ok stopp mich natürlich ab ist ja nicht irgendwie so geht sogar direkt werter hier kurs geht aber ich hatte so gute ausrüstung ich hätte ich habe den irgendwie bonnet gekillt hier könnte ich meine stats anschauen ich bin irrsinnig schlechten kurs geht meine karte bei 0,5 was ist eure karte frage ich ganz einfach mal meine 0,5 ist sie doch eigentlich meiner meinung nach meine karte ist ganz gut 2,1 jaja hacker hayka ok is es in schwert einfach und dir brustplatte ok 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 Einfach so richtig ist weggekombot. Ok, ok, das hier gehen wir hier unten noch hinein. Ich habe hier sogar noch einen Regenerationseffekt. Wo jetzt hast du ab? Newton plays MC. Ok, komm doch. Ok, ok, ich regte es so auf, hier ein cooles G. Ich weiß, was macht's hier? Oh ne, oder? Hat man überhaupt nen Fernsehaufnahme? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal, ob es vielleicht ne 24 SG gibt, weil gleich schnell müssten sie ja eigentlich theoretisch voll werden. Ich hoffe nicht, dass man den Fernseher im Hintergrund rollt. Und ich nehme auch an, dass mein Mikro so weit so gut das aus dem Hintergrund rauspegeln kann. Ich habe den Ton mal leise gedreht. Und wir sind hier auf einer Web, die... Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Oh, das ist cool, es geht. Okay. Okay, das ist mega scheiße. Ich dachte, das ist jetzt normal ist es geht. Okay. Okay. Steinschwert. Vielleicht kann ich noch wegrennen. Ich habe eineinhalb des Herz. Okidoki. Okay. Dann gehen wir direkt wieder raus und in die nächste Runde über Bayview hinein. Ich spiele ganz einfach jetzt exakt 10 Minuten, ich versuche die Aufnahme exakt 10 Minuten lang zu machen. Ich traue jetzt natürlich länger, aber genau diese Aufnahme 10 Minuten am Stück ist und ich habe leider im Moment noch kein Feedback von euch bekommen, ob ihr so wollt oder ob es anders wollt. Also schließlich ebenso wie ich jetzt mache oder so wie die TCT Runden damals. Okidoki, ein Goldhelm, wir haben gewonnen. Ein Holzschwert. Natürlich jetzt nicht gerade. Ja, verpackt mich ruhig, meine Ende eine Kombo. worüber kann ich gerade sprechen ist 2 uhr 36 in der früh habe ich aber glaube ich vorher bereits angesprochen und ja ich habe gerade wirklich irrsinnig viel videos produziert und auf meinem uploadplan stand für morgen ein mini games video bin ich darauf gekommen dass ich gar kein mini games video habe und du musst jetzt schließlich das hier gerade noch aufnehmen wenn es wieder hier seht ich könnte theoretisch praktisch auch erst morgen aufnehmen praktisch gut ist ja der slogan von ritter sport ich will jetzt noch eine so eine gute runde wo ich vielleicht annähernd ins deathmatch kommt zum Beispiel wenn sie einen Runde gut um ich mache das immer so wenn ich ihn beschreibt wenn ich einfach immer wenn ich ihn muss noch mal schreibt rufzeichen rufzeichen lös rufzeichen rufzeichen letzte Runde würde ich mal einfach mal so sagen ja mhm 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 mhm